Willkommen hier im Mostviertel auf dem Betrieb Haselmayr in Aschbach. Die Sorte Filmeno nach unseren sehr erfolgreichen Silomais-Typen Sativo und Danubio, der dritte im Bunde mit der Reife zu 290. Nach welchen Kriterien selektieren wir unsere Silomais, die aus unserer eigenen Züchtung entstanden sind. Auf der einen Seite natürlich Trockenmasseertrag, um entsprechend Masse zu produzieren. Qualität im Hinblick auf Energiedichte mit diesen enormen Kornerträgen und ein nicht unwesentlicher Faktor ist die Verteiligkeit und die Verteiligkeit speziell die der Zellwand. Das sind sehr große Kriterien und darum ist unser Silomais-Portfolio relativ gebündelt und besteht nur aus mittlerweile drei Typen, die in kompakter Form diese drei Eigenschaften sehr gut kombinieren. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass die widrigen Witterungsverhältnisse im Frühjahr, sei es jetzt auf Seiten Trockenheit und auf der anderen Seite Starkniederschläge, speziell für die Frühjahrskulturen eine Herausforderung sind. Mit unserem Label Klimafit versuchen wir unser Prüfsystem, das sich über ganz Europa mittlerweile ausgeweitet hat, Ihnen eine klimafitte Sorte anzubieten, die mit diesen Stressfaktoren besonders gut umgehen kann. Philmeno gehört dazu und ist eine Empfehlung für den Anbau 2020. них hat sich